Die Beta zu Hearthstone hat angefangen, das Online-Sammelkarten-Spiel von Blizzard. Jetzt ist es tatsächlich losgegangen mit der Beta, derzeit leider nur für nordamerikanische Accounts verfügbar. Die europäische Beta soll bald folgen. Aber wir haben glücklicherweise Presseaccounts abbekommen und können euch deshalb mal einen Überblick geben. Und deswegen auch alles in Englisch. Wir schauen uns hier die Karten an, die man so sammeln kann. Hier seht ihr schon mal, ihr könnt eigentlich Decks erstellen. Natürlich, die sind nach den Klassen sortiert. Da seht ihr bei den Karten oben links einmal, wie teuer sie sind, also wie viel Ressourcen ihr braucht zum rauslegen. Dann unten links, wie viel Schaden sie verursachen und unten rechts die Lebenspunkte. Und natürlich in der Mitte noch hilfreicher Text zu Spezialfähigkeiten, die diese Karten haben. Ja, hier in diesem Kompendium sind alle Karten gesammelt, die man schon freigeschaltet hat, die man bekommen hat, eben sortiert nach klassenspezifischen Karten. Die sind dann auch tatsächlich nur für das jeweilige Deck verfügbar. Oder neutrale Karten, die man in jedes Deck einbauen kann. Es gibt natürlich dann auch Filterfunktionen, nach bestimmten Namen suchen oder nach Karten sortieren, die bestimmt viele Ressourcen kosten. Da hat man also relativ gut eine Übersicht. Was natürlich vor allem wichtig ist, wenn man sich selber Decks zusammenstellen möchte. Denn das kann man natürlich auch. Es gibt Starterdecks, aber irgendwann will man natürlich eigene bauen. Die klickt man sich entweder völlig frei selbst zusammen, wie man das erwarten würde. Oder es gibt auch so eine Art Assistenten, der das so ein bisschen gestaffelt macht, wo man sich immer aus jeweils drei Karten eine aussuchen muss. Der hilft dann vor allem dabei, dass man eine relativ ausgewogene Ressourcenverteilung hat. Also nicht nur Karten, die irgendwie fünf Mana brauchen, sondern so einen ganz guten Mix. Und man kann sich das, wenn man will, auch automatisch auffüllen lassen. Ja, 30 Karten hat so ein Deck, muss auch immer 30 Karten haben. Da könnt ihr also nicht so rumspielen, wie in anderen Sammelkartenspielen beispielsweise, wo die Decks dann auch mal größer ausfallen können. Und womit das Spiel auch anfängt, sind Spiele gegen die KI. Hier sieht man jetzt, da sind schon alle Helden, alle Deckklassen freigeschaltet. Das muss man am Anfang erstmal machen. Das Spiel beginnt mit einem Tutorial. Da bekommt man das Magier-Deck. Und danach kann man sich dann hier die anderen freischalten. Und man kann natürlich auch weiter gegen KI-Gegner erstmal trainieren. Das sieht dann nicht so aus. Die gibt es in zwei Schwierigkeitsgraden. Die sind auch gar nicht so ganz ohne. Also zum ein bisschen reinkommen und üben, funktioniert es schon. Ja. Dann gibt es auch die Arena. Das ist ein besonderer Modus, in dem ihr euch quasi reinkauft in ein kleines Tournament. Einmal entweder für Echtgeld, 1,99$ sieht man da, oder für 150, er spielt Goldmünzen. Aber auf den Arena-Modus gehen wir in anderen mal ein bisschen genauer ein. Ja, das ist so dieser typische Modus, den es ja auch in anderen Trading-Card-Games gibt, wo man nicht mit seinen eigenen Decks spielt, sondern Karten bekommt und aus denen irgendwas machen muss. Aber wie gesagt, dazu nochmal ein eigenes Video. Hier gibt es grundsätzlich mal eine Übersicht, wie weit man mit seinen ganzen Klassen so ist. Und da unten sind auch drei Felder, in die Quests reinpassen. Denn es gibt tägliche Quests in Hearthstone. Jeden Tag bekommt man eine. Bis zu drei können sich einsammeln. Das sind dann zum Beispiel so Sachen wie gewinnen drei Spiele oder richte insgesamt 100 Schaden an gegnerischen Helden an. Dafür gibt es dann zur Belohnung immer Gold. Das ist, wenn man kein echtes Geld ausgeben will, mit die Haupteinnahmequelle für Gold. Apropos echtes Geld. Einen Shop gibt es natürlich auch. Dort könnt ihr für 100 der Spiele Gold einen Booster-Pack kaufen, also einen Kartenpack oder gleich ganze Ladungen an Packs für echtes Geld. Aber wir haben uns gedacht, wir geben einfach mal 100 Gold aus und zeigen euch, wie das so aussieht, wenn es die Karten gibt. Unten in dem Open Packs Reiter, dann zieht man das auch hübsch rüber und dann macht es wusch. Und schon habt ihr fünf neue Karten. Ja, ist ganz hübsch gestaltet und dann kann man die sich eben nacheinander so aufklicken. Jetzt eine Karte für einen Jäger, eine Kreatur. Für einen Ruin. Achso, ne, eine Karte für einen Ruin. Noch eine für einen Jäger. Jäger. Und jetzt? Wenn es dann eine legendäre Karte ist, wie zum Beispiel King Crush, eine legendäre Kreatur, die allerdings auch nur in Jägerdecks passt, gibt es auch nochmal einen grafischen Effekt. Also sehr detailverliebt, sehr nett gestaltet alles. Und danach landen die natürlich direkt hier im Karten-Compendium und dann kann man die auch sofort in seine Decks mit einbauen, wenn man das möchte. Ja, an dem blauen Rand erkennt ihr dann, dass die Karten neu sind und findet sie dann auch ein bisschen schneller. Aber der Hauptspielmodus findet natürlich gegen andere Spieler statt. Sucht man sich zunächst mal das Klassendeck aus, mit dem man spielen möchte. Hier kann man zwischen einem gewerteten und einem ungewerteten Modus umschalten, wobei der Gewertete eigentlich nur dadurch beschwert, dass sich diese Medaille da langsam aufbaut und hübscher wird. Ja. Ansonsten eine wirkliche Rangliste gibt es nicht. Und dann würde einem das Spiel eben Gegner zuweisen, der ungefähr zur eigenen Spielstärke passt. Aber wir wollen hier mal ein Duell machen. Das geht auch über die zugegebenermaßen nicht ganz so ansehnliche Freundesliste. Die fällt irgendwie auch so ein bisschen raus im Vergleich zu dem anderen recht hübschen Interface. Ich nehme mal an, die ist noch nicht ganz final. Aber man kann natürlich auch Duelle gegen Freunde freimachen. Ja. Nicht nur durchs zufällige Matchmaking. Und jetzt sehen wir Schurke gegen Priester. Und da seht ihr schon mal den Start. Da wird ausgewürfelt, welcher Spieler anfängt. Hier fängt der Schurke an, hat am Anfang also nur drei Karten zur Auswahl. Und da kann man sich jetzt aussuchen, welche man erstmal zurück in den Stapel zurückschieben möchte. Weil Karten mit fünf Ressourcen kosten, die wird man in der ersten Runde und auch in der zweiten Runde nicht schnell einsetzen. Und deswegen tauschen wir die hier einfach mal aus und hoffen, dass wir günstigere Karten bekommen. Und zwei Karten, die nur eine Ressource kosten. Damit legt man irgendeine Starthand fest. Der Spieler, der als zweites in der Reihe ist, der bekommt derzeit vier Karten und zusätzlich noch einen Joker-Mana-Kristall. Eine Joker-Ressource, die er im späteren Spielverlauf starten kann. Ressourcen sieht man hier. Mana-Kristalle sind das in Hearthstone. Die füllen sich mit den Runden nach und nach auf. In der ersten Runde ein, in der zweiten Runde zwei und so weiter. Bis man irgendwann zehn hat. Es gibt natürlich diverse Fähigkeiten, die das noch beeinflussen können. Aber so weit eben die Grundlage. Man kann übrigens nicht miteinander chatten. Aber es gibt verschiedene vorgefertigte Emotes, sodass man zumindest sowas wie Hallo und jetzt mache ich dich aber fertig. Solche Geschichten kann man durchaus zum Ausdruck bringen. Aber man darf nicht selber chatten. Ja. Hier hast du dich jetzt dafür entschieden, einen Minion auszuspielen. Also eine Kreatur, die auf dem Feld liegt und dort für dich kämpft. Hat auch nur eine Ressource gekostet. Und dann kommt schon der Gegner dran. Denn mit einer Ressource kann man noch nicht viel reisen. Ja. Das ist jetzt eine Karte, die hat noch eine Spezialfähigkeit. Gibt es natürlich auch. Kennt man auch aus anderen Trading Card Games. Die hat einen sogenannten Battle Cry, also einen Schlachtruf. Schlachtruf sind Fähigkeiten, die lösen aus, wenn die Karte ausgespielt wird. In dem Fall also noch einen extra Schaden. Ja. Das habe ich gleich mal ausgenutzt, muss ich dazu sagen. Du hast hier einen Schurken, der hat ein paar speziellere Mechaniken. Einmal kann er Waffen anlegen. Das sieht man da auch als Klassenfähigkeit. Jeder Held hat natürlich eine Klassenfähigkeit. Beim Schurken ist es, dass er eine Waffe anlegt und damit auch selber Schaden machen kann. Ja. Waffen gibt es auch als Karten und diverse Helden können die eben anlegen und dann auch selber mit in den Kampf eingreifen. Das geht dann, also der Angriff selber geht dann auch nicht mehr von den Ressourcenkosten ab. Das ist so, als wäre eine Kreatur gerade kampfbereit. Kreaturen, kann man übrigens auch noch sagen, müssen grundsätzlich erstmal die erste Runde schlafen. Sie noch, wenn sie ins Spiel kommen. Ja. Auch da gibt es natürlich Fähigkeiten oder Kreaturen, die sofort angreifen können. Aber grundsätzlich die Regel ist eben, da sieht man es jetzt ausgespielt, muss erstmal eine Runde aussetzen, kann erst in der nächsten Runde angreifen. Ja. Eine weitere Besonderheit beim Schurken sind hier noch Kombo-Fähigkeiten. Da sind also durchaus die Klassenfähigkeiten aus World of Warcraft somit eingebaut. Kombo heißt, wenn die Karte nicht als erstes in einem Zug ausgespielt wird, dann wird noch ein zusätzlicher Effekt ausgelöst. Genau. Deswegen entscheidest du dich jetzt dazu, den Troll dort auszulegen. Der hat auch die Fähigkeit, dass er einen Charakter oder einen Minion heilt, wenn er gelegt wird. Und danach legst du erst den Schurken dort aus, denn dann greift die Kombo-Mechanik. Ja. Und dadurch haben wir da jetzt zwei Kreaturen zusätzlich noch liegen. Gemein. Sehr schön. Und dann kriegt Anduin erstmal eins auf die Mütze. Da sieht man auch schon die ZZZ, die schlafen also noch deine Mitkämpfer. Ansonsten, wie gesagt, schon. Ah, da haben wir die Coin, also diesen Mana-Kristall, den man als Bonus kriegt, wenn man als Zweiter startet. Das heißt, man hat für diese eine Runde ein Mana-Kristall mehr, um diesen Nachteil des Zweiter Startens ausgleichen zu können. Ja, der andere ist natürlich in der Theorie in der Runde immer als Erster dran mit dem neuen erhöhten Mana-Vorrat. Und in einer Runde kann man das dann eben damit nochmal einen extra bekommen. Den bekommt man in der ersten Runde, könnte also auch in der ersten Runde schon eine Zweier-Kreatur spielen. Man kann den aber auch ganz lange aufbehalten. Hier sieht man noch was anderes Wichtiges. Die eine Kreatur hat nämlich Spott, der mit dem Schild. Das heißt, der muss zuerst angegriffen werden. Zaubersprüche haben da wieder Sonderregeln, aber mit regulären Angriffen von Kreaturen oder vom Helden muss man eben erst diese Tanks angreifen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Der hier bufft andere Kreaturen. Grundsätzlich Positionierung oder so. Da ist Hearthstone ein relativ simples Spiel. Die Kreaturen liegen hier einfach in einer Reihe. Es gibt auch nicht verschiedene Ressourcentypen zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht das komplexeste Trading-Card-Game aller Zeiten. Aber so ein bisschen Positionierung kommt hin und wieder durchaus ins Spiel. Es gibt zum Beispiel Kreaturen, die nur die beiden nebenliegenden buffen. Also da muss man da ein bisschen aufpassen. Übrigens, wenn die Reihe voll ist, könnte auch keine weiteren Minions mehr liegen. Was ich hier jetzt gerade noch mache, ist, man kann auf einem Spielfeld dann sich die Wartezeit ein bisschen verkürzen, indem man ein bisschen rumklickt an den Seiten. Da kann man das Tor runterlassen oder hier die Ranken wegmachen. Und mit dem Katapult kann man dann mal auf den Gegner schießen. So ein bisschen kleines Spielkram. Ist ohnehin ganz nett gemacht, weil man sieht ja auch da beim Gegner, ist immer rot umrandet, wo er gerade was macht. Also auch während man wartet, startet man da nicht auf so ein statisches Spielfeld, sondern kann auch so ein bisschen nachvollziehen, welche Karten er gerade überlegt. Welche Kreaturen von Amsever er gerade ins Ziel nimmt und sich überlegt, greife ich die an oder nicht. Also es ist sogar recht unterhaltsam, da zuzugucken, wie die Gegner so überlegen. Ja, du guckst dir gerade meinen Taunter da ganz genau an. Der wurde nämlich gebufft mit einer Fähigkeit auf zehn Lebenspunkte. Das ist natürlich einiges. Deswegen entscheidest du dich, die erst mal aus dem Spiel zu nehmen mit einer schurkenspezifischen Karte. Ja, das ist so eine der Stärken, die das Priesterdeck unter anderem hat. Da können Kreaturen halt relativ schnell absurd stark werden. Das Schurkendeck wiederum hat relativ viele Fähigkeiten, um den Gegnern auf die Nerven zu gehen, indem Kreaturen komplett aus dem Spiel fliegen oder wieder auf die Hand zurück wandern. Solche Geschichten. Insofern habe ich jetzt erst mal hier wieder so ein bisschen die Brettkontrolle. Man will natürlich nicht zu viele gegnerische Kreaturen zulassen. Man sollte dazu noch erwähnen, Schaden, der ausgeteilt wird, ist permanent. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht am Ende einer Runde, wird der Held wieder hochgeheilt oder sowas, sondern der Schaden bleibt halt. Hier links hat man übrigens auch nochmal über sich quasi einen Kampflok, wo man nachvollziehen kann, was zuletzt passiert ist. Ich finde es gut aufbereitet. Man sieht relativ schnell, was passiert ist. Allerdings finde ich, da sind ein bisschen zu wenig Plätze drin. Man sieht schon, das rutscht relativ schnell wieder raus. Also derzeit ist es so, wenn in einer Runde relativ viel passiert, dann passt nicht mal die ganze Runde da rein. Da wäre ein bisschen mehr vielleicht noch schön, aber es ist natürlich gut sowas zu haben, um das nochmal nachzuvollziehen. Was ihr auch links beziehungsweise rechts am Spielfeld seht, das sind diese beiden Kartenstapel. Da könnt ihr euch auch anschauen, wie viele Karten der Gegner beispielsweise noch hat oder ihr selbst. Es gibt nämlich auch die Mechanik, dass ihr ermüdet quasi, wenn ihr keine Karten mehr habt. Das heißt, ihr habt keine Karten mehr, aber der Gegner hat noch ganz viele. Dann nehmt ihr pro Runde einen Schaden und das steigt auch pro Runde an. Also in der ersten Runde ohne Karten einen Punkt, in der zweiten zwei, in der dritten drei, bis ihr dann schlussendlich tot seid. Und es kann euch schnell zum Verhängnis werden. Achtet also darauf, wie viele Karten ihr noch habt und wie viele Karten der Gegner noch hat. Ja, grundsätzlich das Spielziel ist natürlich klar. Die Lebenspunkte des gegnerischen Helden auf null bringen, starten jeweils mit 30. Es gibt Klassen, die können sich noch Rüstung zusätzlich verschaffen. Das ist dann mehr oder weniger noch mal so eine extra Erweiterung der Lebenspunkte. Also da eben auch wieder so diese klassischen Mechaniken aus World of Warcraft, die sich tatsächlich relativ gut wiederfinden. Priester haben zum Beispiel auch eine fiese Fähigkeit, die hast du in dem Spiel hier auch benutzt. Ja. Können Kreaturen übernehmen tatsächlich, können auch eine Karte aus der Hand des Gegners klauen. Nee, nicht klauen, sondern kopieren. Kopieren. Mhm. So, Mindvision. Damit habe ich nämlich dein Sepp kopiert, um damit unangenehme Gegner wieder vom Tisch zu fegen. Magier zum Beispiel sind dann tatsächlich eher so ein bisschen die Glaskanonen auch in dem Spiel hier. Viele Flächenzauber auch, Gegner einfrieren. Finde ich, haben sie tatsächlich relativ schön gemacht, so diese Klasse-Mechaniken aus dem Spiel auch in Hearthstone zu integrieren. Hier sieht man jetzt eine Waffe. Ist natürlich für Schurken vor allem spannend, weil das auch eine von den beiden Klassen zusammen mit Kriegern ist, die man so spielen kann, dass sie auch relativ aktiv selber mitkämpfen. Mhm. Und damit auch ganz schön ein Abo machen. Was ich ansonsten noch sagen lässt, du hattest vorhin schon das Tutorial angesprochen, das ist auch der Startpunkt für euch, wenn ihr das Spiel startet. Ihr könnt nur mit dem Magier spielen. Spielt gegen sechs KI-Gegner, die euch so ein bisschen die generellen Funktionen im Spiel erklären. Und dann geht es daran, im normalen Übungsmodus gegen andere Starter-Decks oder Standard-Decks zu spielen. Und wenn ihr gegen die gewinnt, dann schaltet ihr in die entsprechende Klasse frei. Ja, und danach kann man die fleißig leveln. Die ersten zehn Levels jedes Decks kann man auch nur gegen die KI machen, das gilt dann noch so als Training. Während dieser zehn Levels alle zwei Stufen schaltet man weitere klassenspezifische Karten frei. Also mit Level zehn sind die Decks dann mehr oder weniger komplett, was die Basis-Klassen-Fähigkeiten angeht. Und danach kann man dann auch nur noch leveln, wenn man echte Matchmaking-Spiele gegen andere Spieler macht. Da gibt es dann später auch noch Belohnungen. Mit Level zwanzig zum Beispiel bekommt dann jedes Deck jeweils eine goldene Version, also eine speziell aussehende Variante einer Karte. Also die Belohnung so fürs Leveln ist schon auch durchaus eine Motivation, das dann noch weiter zu spielen. Ich habe mal gerade dein Vanish gesehen, wo du gerade die Kombination, die ich wieder ausgelegt habe, losgeworden bist. Denn der rechte Minion bufft den linken Minion und der linke, der hat die Fähigkeit jedes Mal, wenn er Schaden nimmt, gewinnt er drei Angriffskrafts hinzu, kann also ziemlich schnell ziemlich wehtun. Und du hast dir gedacht, Vanish, alle Karten vom Spielfeld, hat ja allerdings nicht viel geholfen, muss ich sagen. Nee, ich dachte dann auch, ich gehe mal eher auf Direktschaden, weil da schon so viele Kreaturen liegen. Ich hätte es vielleicht lieber andersrum machen sollen. Da ist die von mir kopierte Karte. Wandert wieder auf die Hand zurück. Man kann Gegner schön nerven. Ja, auf jeden Fall. Insgesamt, wie bei Training Card Games üblich, spielt natürlich relativ viel Zielglück auch mit rein, auch wenn man ein relativ gutes Deck hat. Wenn einem dann im Spiel ausgerechnet die Karten, die man gerade dringend bräuchte, im Ablagestapel irgendwie verstauben, dann kann halt ein Spiel auch mal sehr schlecht und unglücklich aussehen, obwohl es das Deck grundsätzlich hergegeben hätte, ist zu gewinnen. Ja, muss man eben entsprechend aufpassen hin und wieder. Ich hatte auch mal ein Spiel, wo ich zuerst 0 gegen 30 verloren habe, danach gegen den gleichen nochmal gespielt und da war es dann genau umgekehrt. Also es ist schon einigermaßen ausbalanciert. Ein bisschen Glück ist natürlich dabei. Ja, ein bisschen Glück hatte ich hier, denn ich konnte deinen Tank, den ihr da rechts unten seht, dann noch aus dem Weg räumen, um dann noch ein bisschen Schaden zu verteilen. Aber es war immerhin knapp. Es war knapp, ja. Ansonsten lässt sich sagen, wenn das jetzt ein normales Spiel gegen andere Spieler wäre, würdet ihr dann am Ende auch Erfahrungspunkte kriegen für euer Deck. Ich glaube, hatten wir es schon erwähnt, für die ersten zehn Stufen kriegt ihr alle zwei Stufen neue Klassenkarten. Und wenn man da gewinnt gegenüber Matchmaking-Spiele, alle fünf Spiele gibt es auch nochmal fünf Gold oben bei. Also auch dadurch verdient man sich ein bisschen Gold. Wobei die Haupteinnahmequelle sind schon eher die Tagesquests oder die Arena. Soweit unser erster Eindruck zu Hearthstone. Weitere Videos gibt es bestimmt in den nächsten Wochen hier bei uns.